Jammolenko gegen Retzos und Jammolenko fällt kein Pfiff von Schiedsrichtern um den Harnmann. Diskussion. Ja, Retzos berührt Jammolenko im Gesicht und an der Schulter, aber elf Meter reif. Auch aus Köln kein Hinweis auf eine klare Fehlentscheidung. Hallo Köln, hallo Köln. Hallo Köln. Hallo Köln. Schalke. Oh, so bin ich. An ein paar Stunden, glaube ich. Ohne. Höller. Hier war Gutsche, Schabacher. Hier war Gutsche, 2-0. Nein, nein, da müssen wir eingreifen. Also jetzt mal ganz im Ernst, Leute. Da müssen wir was gehen. Die Vorspitze ist im Abseits von Lewandowski. Die Entscheidung also korrekt. Ich bin für Leute, wir könnten auch ihr vertragen. Aber das ist ja nie. Lass doch mal laufen. Lass doch mal sagen, doch doch mal für Nachschub hier. Es gab ein Handspiel von Stambouli, aber der wurde aus einem halben Meter angeschossen. Ich will kein Schiri sein und das entscheiden. Boah Jungs, was machen wir denn jetzt? Ach nein, wir müssen eine Entscheidung treffen. Ach nein, Jungs, das sind nur die Kölner. Kölner, komm, darf ich den Elfmeter geben. Mein Gott. Das sind nur die Kölner, den Elfmeter kannst du ruhig geben. Der Videobeweis musste hier halten. Elfmeter für den 1. FC Köln. Wieder sieben. Schieftor für Köln. Boah Jungs, ich kann noch mal rüber. Hier komm, gib mal mal zum Knabber. Ja, wir sind dran mit mir. Ich bin dran mit mir. Vielen Dank.